Du hast sicherlich viele Fragen. Wollen wir anfangen? Das Ende ist der Anfang. Und der Anfang ist das Ende. Warum bin ich hier? Woher? Alles im Leben verläuft in Zyklen. Aber dieses Mal wird es der letzte Zyklus sein. Können wir den Lauf der Dinge verändern? Wo hast du sie hingeschickt? Dieser Knoten lässt sich nur lösen, indem man ihn ganz vernichtet. Das alles stimmt. Du wirst alles verstehen, wenn es an der Zeit ist zu verstehen. Tick, tack. Tick, tick. 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 Vielen Dank.